Hallo und willkommen bei Lika. Heute mache ich noch ein zweites Mal ein Slime. Wie denn aus zwei Zutaten? Christa, ähm, waschst du da? Und Kleber. Also eigentlich PVA-Lime und das ist es auch. Ich sage immer Kleber. Also, lass ein Like. Oh, das ist da. Da oder da? Abo. Und die Glocke. Okay, dann bekommt ihr immer eine Nachricht, wenn ich ein neues Video mache. Ich muss jetzt das machen, dann nachher. Ups. Nein, nicht noch mehr. Ja, okay. Egal. Dazu habe ich einen kleinen Löffel geholt. Diesmal könnte es funktionieren, weil jetzt ist ja einmal flüssig und einmal, naja, nicht wirklich flüssig, aber halt nicht wirklich hart. Ja, PVA-Lime ist dann auf jeden Fall jetzt mal zwei unterschiedliche Konsistenzen und nicht die gleichen. Oh, es schaut sogar noch an. Es könnte sogar ein Slime werden. Ja, das ist auch ein Secretary. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 So, ich bin zurück. Ich habe ganz schnell eine Schüssel geholt. Und was mache ich jetzt mit dem? Ist das Wasser? Nein, wahrscheinlich nicht. Das ist halt wirklich so flüssig wie Wasser. Schaut halt so. Wie Wasser aus. Aber ist es nicht. Aber ich glaube, das ist ja auch echt klar, dass das kein Wasser ist. Okay. Dann mache ich jetzt mal den Löffel. Da rein einfach mal. Und das wird zugemacht. So, ordentlich. Und jetzt wird die Kamera aufgestellt. Auf mich. Also, Slime hat funktioniert. Aber er ist besser geworden als letzter. Den zeige ich nämlich jetzt. Ich brauche irgendetwas zum Abfüllen. So. Jetzt zeige ich die zwei letzten. Also, den Slime. Die letzte. Dann ist das erstes Mal der. Das rinnt nicht. Weil er ist schon fast ausgetrocknet. Aber wenn man genügend Natron dazu gibt, dann funktioniert es. Äh, nicht Natron. Stärke. Jetzt gleich mal in einen anderen Slime. Aber da ist sie. Ja, der funktioniert. Und ich habe daraus zwei gemacht. Halt einfach in zwei geteilt. Der andere ist nicht so groß. Aber da ist ja. Trommelwirbel. Es gibt jetzt keinen Trommelwirbel. Aber er ist blau. Ich habe ihn noch mit Tinte. Einfach Tinte draufgegeben. Habe ihn gefärbt. Jetzt werden meine Hände nicht blau. Aber nicht in geknetet. Äh, wie ich ihn gemacht habe. Aber da wurden meine Hände natürlich schon blau von Tinte. Aber, ja, der funktioniert auch sehr gut. Nicht. Das ist halt meine Lieblingsfarbe. Blau. Blau vorhang. Blau da. Blau. Slime. Was habe ich noch blaues hier? Da drin aus. Noch ohne den Slime. Das ist der Slime. So schaut die Schüssel aus. Hier hat es natürlich auswaschen. So, aber. Ja, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Gebt ein Like und da unten ist abonnieren, oder? Ich glaube, da. Ich habe etwas vergessen. Ich zeige euch dann einfach jetzt noch. Ja, ist okay, der Slime. Aber, ja, ich kann ihn euch empfehlen. Also, er funktioniert. Man muss ihn ausdrehen lassen. Aber, er funktioniert. So, das war es jetzt mit dem Brille. Jetzt schneit. Von meinen Fingern. Tschüss. Tschüss. Vielen Dank.